Guten Tag meine Damen und Herren hier bei PetriTV aus dem Osten. Willkommen zu einer neuen Folge diese Woche. Wir sind heute hier an der sogenannten Welle in Leipzig und wir fragen hier ein paar Leute, wie sie so meine Musik finden und was ich dazu sagen, dass ich jetzt heute den Skateboard fahre. Ich bin jetzt seit einer Woche auf dem Skateboardort unterwegs mit meiner Company und viel Spaß bei der Sendung. Wir sehen uns später nochmal. Tschüss. Sie bitte etwas fragen. Wolfgang Petri, ich wollte fragen, ob sie mich kennen. Ja und ich weiß ja nicht, ob sie meine Musik so hören. Ja, finden sie meinen Musikstil gut? Jawohl. Das finde ich sehr schön. Wollen wir mal zusammen singen? Ist ja meine Zeit gewesen alles. Wollen wir mal was zusammen singen? Nee, danke. Ich muss los, ich hab alles. Ja, ich hab jetzt hier neuerdings, ich fahr jetzt auch schon Skateboard fahrs jetzt und hab jetzt einen neuen Skateboardstil. Wollen Sie da vielleicht mal E-Triks sehen von mir? Dann aber schnell. Okay, ich hol mal schnell mein Skateboard. So, angst du es? Auf Quasch! Sah das gut aus? Ja? Ja, das ist... So, dann... Sollen Sie mir was vorraten? Was denn? Ich hab jahrelang hier Sport getrieben. Echt? Ja. Ist nicht. Entschuldigung, ich hätte mal eine Frage, bitte. Frage schnell. Okay. Mein Name ist Wolfgang Petri, schönen guten Tag. Na und? Sollst du uns eine Hand geben? Ja, dankeschön. Ey, nein, nein, ich wollte mal fragen, ob sie mich kennen. Ja, entfernt. Entfernt, ja. Und wie finden so meinen Musikstil? Könnte besser sein. Ja, ey. Ey, das freut jetzt nicht mehr. Ja, tschüss, tschüss. Boah, Mensch. Hip-Hop. Nee, 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 nicht Hip-Hop. Hip-Hop. Nicht Hip-Hop. Schlager. Schlager, Schlager. Wollen Petri. Wollen Petri. Wollen Petri. Wollen Verärmourgen. V cabinets adviser mit unserem Ein Team? Wollen Ey, komm dich wohl dahin. Mö, ey. Wollen Sie das malcomait? Wollen U pounds? Die sind Dich auf die Dich! Ist die trock? Oh und so ein Weh, Alter, ich hasse es.